So, und immer noch im Loch für euch unterwegs, habe ich mal eine Art ganz interessanter gefunden. Und zwar ist jetzt ein Rest, oder der Hacken von so einem Stiefel. Und hinten, das ich mache, der wird angeschlagen, weil die hier hinten genagelt sind. Ja, den werde ich jetzt allerdings wohl nicht mitnehmen, aber das wird auch ein Wehrmachtsstiefel sein.